Grüße von den Wolken! Willkommen zurück bei Zelda Skyward Sword HD! Im letzten Part haben wir den ersten Dungeon, den Tempel des Himmelsblicks, erfolgreich hinter uns gebracht und direkt danach ein Insektennetz gekauft. Damit können wir natürlich auch Tiere im Erdland fangen, die es im Wolkenhort nicht gibt und das wollen wir jetzt ganz kurz tun. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich habe alle Statuen aus meinem Speicher auf deiner Karte markiert. Du kannst zu jeder von ihnen reisen. Hühre den Cursor zur Statue, zu der ich dich bringen soll und drück A. Alles klar. Da möchte ich hin. Denn dort gibt es das Bienennest, das wir schon mal runtergeschossen haben. Das werden wir jetzt nochmal tun, auch wenn das natürlich nicht die feine englische Art ist, aber... Ihr ahnt es, diese Bienen können wir tatsächlich fangen. Und sämtliche Insekten sind nützlich, genauso wie die Monstermaterialien. Also lasst uns mal ordentlich Bienen abcashen. Und wenn wir Glück haben... Jo, ich wollte es gerade sagen. Wenn wir Glück haben, finden wir auch Vögel, die wir... ...ebenfalls fangen können. Aber der Dulli hier stört. Nein! Oh, jetzt sind sie weg! Nur wegen deiner nutzlosen Existenz! Perflex! Naja, aber kommt schon, Leute. Ich konnte es ja gar nicht anders machen. Oh, best case. Wir haben sogar noch ein paar Käfer. Mal hoffen, dass die da bleiben. Während ich... ...hier... ...mich von den Bienen stechen lasse. Du hast eine Deku-Biene gefangen. Erhitzt man ihr Gift, erhält man eine wirksame Medizin. Halte dich von großen Schwärmen fern. Äh... Das hat ja jetzt nicht ganz so gut geklappt. Aber, wie gesagt, dann können wir wenigstens ordentlich abcashen. Und haben da jetzt gleich mal eine ordentliche Anzahl von Bienen aufgetrieben. Okay. Die Käfer gibt es noch obendrein. Oh, und die Vögel sind wieder da. Die Vögel sind wieder da. Dann jetzt ganz langsam und vorsichtig... ...an sie ran. Den Kescher schon mal von hinten aufspannen. Anvisieren. Und... ...gönnen. Gönnen. Okay. Versuchen wir es nochmal. Ich tu dir nichts. Alles gut. Hallo. Ihr könnt wirklich froh sein, dass ich die meisten Items off-cam farmen werde. Nur das Exemplar möchte ich natürlich auf Video haben. Der Rest wird off-cam gesammelt. Eine Vogelfeder erhalten. Diese Federn werden im Wolkenhort wegen ihrer Seltenheit und Snützlichkeit hoch geschätzt. Hm. Warum sind die wohl so selten? Das war's für's Erste. Lasst uns verduften. Denn die Cubes, die ich ja noch aktivieren wollte, die können wir tatsächlich noch gar nicht bekommen. Und ich glaube, da sind sogar mittlerweile noch neue erschienen. Oder die waren vorhin schon da und ich hab sie noch nicht gesehen. Aber hier rund um den großen Baum in der Mitte, man sieht's ja schon, da sind zwei. Hier sieht man sie gerade nochmal, die zwei Stück. Und auf der anderen Seite sind auch nochmal ein oder zwei. Ähm, die kann man noch nicht bekommen. By the way, ich hab endlich die Skyward Sword Joy-Cons. Yeee. Wurde mir etwas verspätet geliefert. Aber jetzt hab ich sie. Und ja, der Preis von 75 Euro ist schon echt happig. Ich hab gehört, man kann sie auch, oder konnte eher, für 63 Euro vorbestellen bei einem Elektronikfachhandel. Dessen Namen nicht genannt wird. Äh, das, das hab ich nicht gewusst. Ich hab sie bei einem Online-Versandhandel bestellt. Und ähm, ja. Ein bisschen, ein bisschen mehr gezahlt. Aber tatsächlich ist, glaube ich, 75 Euro auch der Preis, der so generell dafür ausgerufen wird. Das ist schon happig. Aber sie sehen halt auch schon wirklich ganz geil aus. Und ich finde, vielleicht liegt es auch daran, dass die neu sind. Aber die fühlen sich nochmal ein bisschen wertiger an, als meine bunten, die ich vom Release an habe. Auch die Knöpfe sind ein bisschen härter. Ich kann es nicht wirklich erklären. Ist mit Sicherheit nur Einbildung. Aber ich spiele damit tatsächlich recht gerne. Und lieber als mit den anderen. So, da hinten haben wir noch eine Truhe. Aber die können wir ja noch nicht öffnen. Erst, wenn wir den entsprechenden Cube gefunden haben. Deswegen bin ich aber auch nicht hierher gekommen. Sondern wegen ihm hier. Oh, du bist Dobi. Ich bekomme hier nur selten Besuch. Ähm, was ist das hier? Dies hier ist mein kleines geheimes Refugium, in dem ich meine Schwertkunst trainiere. Einst war ich bekannt als das Model von Wolkenhort. Ja gut, wenn man sich die anderen dort anschaut, bist du tatsächlich Schock. Doch, durch den ganzen Stress und meine Tochter habe ich ein paar Pfunde zugelegt. Ja, das kann ich verstehen. Deshalb trainiere ich täglich hier Bambus zu schneiden. Hält nämlich wunderbar fit. Wie sieht es aus, Domi? Hast du auch ein paar Pfunde zu viel? Nein, auf keinen Fall, oder? Doch, paar schon. Ja, das wollte ich hören. Also dann mal los. Warte, einen Moment. Ich glaube, ich habe was vergessen. Äh, richtig. Jetzt weiß ich es wieder. Du musst einfach nur diesen Bambus in kleine Stücke zerschneiden. Wollen wir doch mal sehen, wie viele du schaffst, bevor der Bambus umfällt. Je mehr Stücke du schneidest, umso höher ist die Chance auf einen tollen Preis. Also, was meinst du? Zehn Versuche. Mehr kostet es nicht. Ich muss bezahlen? Ja, okay. Also gut. Ich will von dir Blitzstelle Hiebe sehen, okay? Ich kann jetzt nur verlieren, Leute. Wünscht mir Glück. Ich glaube, man braucht so um die 30 Treffer. Ja, ja, moin. Sag dir, mein Junge. Du kannst wieder durchatmen. Du hast den Bambus sechsmal geteilt. An deiner Schwerttechnik musst du noch arbeiten. Versuch, mindestens 15 Stück erfolgreich zu schlagen. Folge meinem Rat und konzentrier dich, sonst wird das nichts. Was ist denn das für ein kurzes Schwert? Du hast kaum zu glauben, dass du dich damit so wacker geschlagen hast. Ein echter Bambusfäller sollte jedoch schon etwas Längeres haben. Glaub mir, damit macht die Sache noch viel mehr Spaß. Komm einfach wieder vorbei, wenn du ein längeres Schwert hast, ja? Falls du Lust hast, Bambus zu kürzen, schau jederzeit bei mir vorbei. Hä, was quatscht denn der da? Also, man kann das auf jeden Fall jetzt schon schaffen. Und wir werden es auch nochmal probieren. Der Rekord von sechs ist ja lächerlich. Ja, man muss es halt schaffen, dass das Ding wirklich nicht so weit wegfliegt. Komm schon. WTF? Ja, komm hier. Dritter Versuch. Immerhin 16 Punkte. Sachte, sachte. Aber immerhin. Du hast deinen eigenen Rekord geschlagen. Glückwunsch. Nicht übel. Ich gebe dir einen Trostpreis. Hier, 30 Rubine. Versuch beim nächsten Mal mindestens 20 zu schlagen, okay? Oh, Mann. Denk dran, du brauchst ein längeres Schwert. Schnauze, ich will das jetzt schon schaffen. Zumindest die 20. Das lasse ich mir nicht bieten hier. Ha, was willst du, hä? Es kommt eben nicht auf die Länge an. Oh, tschüss. 23 Mal. Heftig. Du bist wirklich talentiert. Eine beeindruckende Leistung. Und eine tolle Schwertführung. Hier, es hast du dir richtig verdient. Und ein Monsterhorn. Beim nächsten Mal will ich mindestens 28 Stück fliegen sehen, okay? Komm, das packen wir auch noch. Nein. Oh, King. Direkt danach. Hier, ich brauch schwarzen Gurt und goldenes Schwert. Äh, krieg dich ein, Bruder. Aber ja, 28 Schläge, nicht schlecht. Bin echt begeistert. Selbst ich, ehemaliges Model, zieh meinen Hut vor dir. Hier ist dein Preis. Eine blaue Vogelfeder. Diese kostbare Feder kann nur bei extrem seltenen blauen Vögeln gefunden werden. Schmeckt. Falls du Lust hast, Bambus zu kürzen, komm jederzeit vorbei. Nein, tatsächlich gab es keine weitere Challenge. Vielleicht ändert sich das, wenn man das längere Schwert hat. Aber fürs Erste sind wir mit dieser Bambusinsel fertig. Hat, glaube ich, insgesamt acht Versuche oder so gebraucht, bis ich die 28 geknackt habe. Also mit den Fehlversuchen vorher bei den, was war es, 15 wollte er zuerst, ne? Ja, tatsächlich hatte ich mit den 15 die größten Schwierigkeiten. Man muss sich halt erstmal dran gewöhnen. Und dann den Rest absolvieren. Jetzt geht es auf die Kürbisinsel. Und wie wir gesehen haben, gibt es hier zwei Truhen. Die erste davon ist hier Oberalp und hat einfach mal 300 Rubine drinne. Das ist heftig. Und da sieht man auch gleich, es lohnt sich, diese Cubes im Erdland zu aktivieren, um an den Inhalt der Truhen zu kommen. Die andere ist hier. Ich bin jetzt zwar einmal umsonst um die ganze Insel gelaufen, aber so haben wir wenigstens einen schönen Überblick davon erhalten, was es hier gibt. Das ist eine schöne Insel. Genauso wie diese Abenteuertaschenerweiterung. Jetzt können wir nämlich noch mehr Items auf den Schnellzugriff legen und drauf zugreifen. Geilomat. Warum man allerdings in den Kürbissen Rubine oder Herzen finden kann, das kann ich euch nicht erklären. Keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Ein Lager. Ja, sieht so aus. Kommen da die Reifenkürbisse hin, die dann verkauft werden sollen? Kenne mich nicht so aus. Na, wie dem auch sei. Das hier ist die Kürbisbar. Hier können wir in stylischen Kürbisbetten übernachten oder dem Geschwätz der Gäste lauschen. Was nützlich ist, um wichtige Informationen bezüglich Sidequests oder auch dem Hauptgeschehen zu erhalten. Wann immer man nicht weiterkommt, ist die Kürbisbar der erste Ort, den man aufsuchen sollte. Und auch dieses Herzteil auf dem Kronleuchter wurde uns natürlich nicht ohne Grund so vor die Nase gehalten. Ich glaube, da können wir jetzt schon ran. Du glaubst mir doch, oder? Was denn? Ich sag dir, im Wolkenhort lebt ein fürchterlicher Dämon. Um ein Haar hätte mich das Biest lebendig verspeist. Du magst vielleicht ein Ritter sein, aber dieser Dämon wird selbst dich zum Frühstück verputzen. Was laberst du? Aber weißt du was? Ja, du hast sicherlich recht mit deinen fünf Bier, die du getrunken hast. Sian, Sian, du bist ein echt netter Bängel. Ja, nicht wahr? Loll. Hallo du. Du siehst wie ein Ritter aus dem Wolkenhort aus. Habe ich recht? Nimm doch Platz und entspann dich ein wenig. Oh, dir sind die Rubine in unserem Kronleuchter aufgefallen? Versuch bloß nicht, die Rubine von dort oben herunter zu bekommen. Manche Leute behaupten, man könne den Kronleuchter zum Schwingen bringen, indem man etwas anrempelt und die Rubine würden fallen. Aber, wie dem auch sei, denk nicht mal dran. Ja, ich würde mal sagen, das war ein recht eindeutiger Hinweis. Hey, hör mal kurz zu. Der alte Knabe dort drüben behauptet, einen Dämon gesehen zu haben. Na, mit solchen Prahlereien wird er Kabotcha jedenfalls nicht für sich gewinnen können. Ja, schon ein bisschen crazy, was der Typ labert. Aber was, wenn da was dran ist? Oh. Was machst du denn hier, Stroh? Hey, Dummy. Hätte nicht gedacht, dich hier zu treffen. Du fragst dich sicher, was ich hier treibe. Hm? Bestimmt habe ich es schon mal erwähnt. Ich liebe Insekten. Und genau deshalb bin ich hier, um Insekten für meine Sammlung zu fangen. Wenn du bereits ein Schmetterlingsnetz hast, kannst du gleich loslegen. Und falls du noch keins besitzt, kannst du dir eines in Terrys Laden kaufen. Wahrscheinlich kriegt er gerade wieder seine Runden über den Wolkenort. Da waren wir bereits. Danke trotzdem für den Tipp. Und apropos Tipp. Ich denke, es ist jedem klar, was zu tun ist. Hier gegen das Geländer rollen. Und schon bringen wir den Kronleuchter zu Fallen. Was nicht nur Schaden anrichtet, sondern auch die Gäste wohl für immer vertreibt. Was glaubst du eigentlich, was du da oben treibst? Mach sofort, dass du runterkommst. Ähm. Das war in Versehen. Ich bin gestolpert. Und lieber schnappe ich mir das Hersteil, als ich mir was breche. Oder? Und die Rubine, naja. Ich sag mal so. Man sollte sie nicht rumliegen lassen, ne? Es darf doch nicht wahr sein. Was hast du getan? Mein handgefertigter Kronleuchter ist komplett ruiniert. Handgefertigt? Wow. Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der in dem Kronleuchter steckt, abbezahlt ist. Einverstanden? Nein? Nein, äh, doch natürlich. Es tut mir so leid. Nun, ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Also gut. Wie wär's, wenn du als erstes dem Schwertmeister im Wolkenhardt meine Suppe bringst? Er gehört zu unseren Stammgästen und meine Suppe gibt ihm Energie für den Unterricht. Also, willst du ihm die Suppe bringen? Ja, sicher doch. Du hast ja gar keine leere Flasche. Wenn du Suppe mitnehmen möchtest, brauchst du eine. Sieh zu, dass du eine leere Flasche besorgst. Oh. Äh, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich werde mal den Wundertrank verwenden, um, äh, ja, den Platz zu bekommen und mein Schild wieder zu heilen. Oh, da hast du ja endlich eine leere Flasche. Sehr schön. Hier hast du etwas heiße Kürbissuppe. Bring sie dem Schwertmeister, aber hurtig. Worauf wartest du noch? Tada! Heiße Kürbissuppe. Sehr gesund. Diese hausgemachte Kürbissuppe kühlt innerhalb von fünf Minuten ab. Ach, eine Sache noch kleiner. Der Schwertmeister kann kalte Suppe nicht ausstehen. Du solltest dich also mit deiner Lieferung etwas beeilen. Los, bring ihm die Suppe innerhalb der nächsten fünf Minuten, sonst ist sie kalt. Ui, ui, ui. Das muss ein Druck sein, Essenslieferant zu sein, weil du bist dann auch der Erste, der das ganze Feedback abbekommt, was natürlich nicht immer positiv ist. Ne, gerade, wenn was auf der Bestellung fehlt, oder es zu lange gedauert hat, sind die Lieferanten die Ersten, die das zu spüren bekommen. So, ich weiß, wir haben nur fünf Minuten, aber das sollte eigentlich locker machbar sein. Deshalb verbinde ich das mit einer weiteren Cube-Truhe, die, wenn ich mich nicht ganz täusche, neben den 300 Rubinen, die wertvollste bisher sein wird. Wobei, wir haben ja eigentlich, äh, Aua. Immer, bis jetzt, heftigen Stuff aus den Truhen bekommen. aber hier drin befindet sich in der Tat ein Herzteil. Damit haben wir vier Stück und bekommen unser achtes Herz. Juhu! Yay! Schon sehr früh im Spiel kann man die ersten vier Herzteile bekommen. Das haben wir geschafft. Und jetzt, glaube ich, habe ich auch alle Drohnen, die wir per Cube jetzt schon bekommen können. Denn, wie gesagt, alle anderen, die sich da im Wald von Firone befinden, sind, glaube ich, derzeit unerreichbar. Deshalb ignorieren wir die und kümmern uns jetzt um unseren Lieferantenjob. Am besten schon so weit fliegen, wie es nur geht. Dann sparen wir zusätzlich Zeit. Perfekt. Juhu! Na, da kann man sich nicht beschweren. Die Suppe wird noch ganz, ganz heftige Qualität haben, wenn wir sie ihm in die Hand drücken. Ich hoffe, ich kriege ein ordentliches Trinkgeld. Hey, Dummy! Übst du auch fleißig mit dem Schwert? Hä? Das ist doch etwa... Also, ist das meine heiß geliebte Kürbissuppe? Der Besitzer der Kürbisspar hat dich gebeten, mir etwas davon zu bringen. Und das hast du einfach so gemacht? Ja, weil ich nett bin. Okay, ja, dann her damit. Klar, gönn dir. Kürbissuppe Mh, einfach lecker. Kürbissuppe schmeckt eben nur, wenn sie so richtig heiß ist. Gut gemacht. Bitte richte dem Besitzer der Kürbisbar meinen besten Dank aus. Kein Problem, aber darf ich mal fragen, wie der es schafft, eine heiße Suppe zu saufen? Ich meine, das tut ja jetzt schon weh, wenn ich drüber nachdenke. Ich könnte das nicht. Naja, wie auch immer. Lass uns, ach, hier kann ich gar nicht in den Luftraum steigen. Okay. das geht nur vom Erdland aus. Naja, nicht weiter schlimm. Ich wollte nur ein bisschen abkürzen, aber dann eben nicht, denn jetzt geht's zur Göttinnenstatue unser Erz einsetzen, damit wir erfahren, wie es weitergeht. Zelda soll sich in Eldin befinden. Wo ist das? Fragt sich eigentlich keiner der Bewohner, was das für seltsame Lichter sind? Ich glaube, bisher hat noch keiner drauf reagiert, ne? Oh, das ist ganz im Norden, in der Nähe der Bambusinsel, wo wir gerade eben waren. Gebiete, ich stelle fest, dass ich in nordöstlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Ja, und das ist das Stichwort. Wir können uns noch ein bisschen vorbereiten. auch mit den Materialien, die wir gesammelt haben. Oh, und da fällt mir was ein. Hier drüben gibt's doch hin und wieder mal ein paar Grashüpfer. Auch wenn ich jetzt gerade keinen erblicken kann. Oh man, was habe ich denn bitte für ein Pech? Schade, weil ich hätte gerne ein paar gefangen. Uff. Oder war das da vorne? Ne, es war schon da, wo ich gerade war, ne? Oh, da ist aber einer. Den haben wir noch nicht. Das soll sich jetzt ändern. Ganz vorsichtig. Oh, das funktioniert aber wirklich nicht so geil. Wie auch immer, wir haben die Himmelsanbeterin. Mit seinen starken Greifarmen macht dieses Insekt Jagd auf seine Beute. Es lebt gerne in luftigen Höhen. Okay. Also vermutlich nur hier im Wolkenhort zu bekommen und nicht im Erdland. Verstehe ich das richtig? Kein Thema. Oh, was ist mit dir los? Cookie, meine Cookie, wo bist du nur? Wo ist meine kleine Cookie denn bloß? Oh nein, was mache ich denn nur, wenn man sie entführt hat? Was zum Oh, du bist das Dummy. Was ist passiert? Wie gut, dass ich dich treffe. Du hast meine kleine Cookie zufällig gesehen? Nee, leider nicht. Ich verstehe. Ich bitte dich Dummy, willst du nach meiner Tochter suchen? Ich bin schon ganz verzweifelt. Einige hier im Dorf haben gesagt, sie hätten Cookie zusammen mit einer sehr finsteren Gestalt gesehen. Es gibt sogar Leute, die behaupten, sie wäre von einem fürchterlichen Dämon entführt worden. Was soll ich nur tun? Meine liebe kleine Cookie ist verschleppt worden, da bin ich ganz sicher. Bitte finde meine kleine Cookie Ich bin sicher, sie hat furchtbare Angst. Ich bitte dich Dummy. Was zum Ja, mach ich. Vielen Dank. Ich wusste, dass auf die Schüler der Ritterschule Verlass ist. Ich zähl auf dich. Ist diese Geschichte vom alten Mann wahr? Wir müssen ja ohnehin zurück zur Kürbisinsel und Bericht erstatten. Vielleicht können wir uns den alten Mann dann gleich nochmal vornehmen. Jetzt wird aber erstmal geshoppt. Ihr interessiert euch also für die kleine Deku Tasche, hä? Ja, willst du die haben, oder was? Damit kannst du mehr Kerne tragen. Zehn mehr, um genau zu sein, aber es kostet 100 Rubine. Kein Problem, ich kann mir das leisten. Ich bin viel verdiener. Kleine Deku Tasche erhalten. Sehr nice, freut mich. Gönn dir noch bitte mehr, wenn du willst, ja? Mach ich sogar, denn ich sehe gerade, du hast bereits ein Metall Schild. Ihr interessiert euch also für einen Eisenschild, ja? Dieser Schild ist noch robuster als die Variante aus Holz. Selbst loderndes Feuer kann diesem Prachtexemplar hier nichts anhaben. Einzig vor Elektroangriffen solltet ihr euch in Acht nehmen. Das macht nochmal 100 Rubine. Okay, Halsabschneider. Aber den werden wir in Eldin der Vulkanregion brauchen. Dieser robuste Schild zerbricht nicht so leicht und brennt auch nicht. Allerdings Vorsicht vor Elektrizität. Ihr seid ein toller Kunde. Dankeschön. Frage mich, ob ich das Ding gleich verbessern kann. Wir haben ja schon ziemlich viele Materialien gesammelt. Schauen wir mal nach. Ja, natürlich nice. Ah, ne. Geht aber auch noch nicht, weil Eldin Erz gibt's logischerweise nur in Eldin und da waren wir ja noch nicht. Wie sieht's mit dem Holz Schild aus? Da brauchen wir noch eine Monster Klaue. Ich glaube, die kann man von Fledermäusen bekommen. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Tatsächlich kein Upgrade verfügbar. Belasto. Aber dann weiß ich jetzt Bescheid und komme mal wieder, wenn ich diese Monster Klaue habe. Also entweder bekommt man die von den Fledermäusen oder von den Boblins. Ich glaube aber von den Fledermäusen. Naja. Jetzt erst mal zurück zur Kürbisinsel. Oh, was mit dir? Hast du das gehört? Ein kleines Mädchen ist verschwunden, als es beim Friedhof gespielt hat. Wie kann denn in solch einem kleinen Dorf ein Kind einfach verschwinden? Ja, vor allem sie wurde ja gesehen. Warum hat da keiner eingegriffen? Du sagst, es könnte sein, dass sie von einem Dämon verschleppt wurde? Das kann doch nicht möglich sein. Da fällt mir etwas ein. In der Nähe des Wolkenhorts lebt ein alter Mann, der oft etwas über Dämonen erzählt. Er redet ständig wirres Zeug, deshalb hat ihm bis jetzt niemand so recht geglaubt. Wo der alte Mann jetzt ist, ich glaube, der ist meistens in der Kürbisbar. Aber du musst mit dem Wolkenvogel dorthin fliegen, vergiss das nicht. Genau das wollen wir jetzt auch tun. Leute, wir sehen uns dort, denn so unnötige Flugwege, die erspare ich euch gerne mal. Da werden wir wieder erst mal den Auftrag mit der Kürbissuppe abschließen. Ausgezeichnet, du hast dem Schwertmeister die Suppe gebracht. Nun, dann lass mich das kurz mit einen Schulden für den kaputten Kronleuchter verrechnen. Aber schuldenfrei bist du immer noch nicht. Ich finde schon noch eine neue Aufgabe für dich. Schau später wieder bei mir vorbei. Vielleicht ist mir ja bis dahin was eingefallen. Okay. Und wenn ich habe. Ja. Ja. Ich habe ihn gesehen, ja. Und ich kann auch nur davon berichten, weil ich die Beine in die Hand genommen habe und geflitzt bin. Jemand mit weniger Glück hätte mit Sicherheit ins Gras gebissen. Wie dem auch sei, ich habe dieses Biest mit eigenen Augen gesehen und lass mir nichts anderes erzählen. Ich lief also gerade in der Nähe des großen Baumes auf dem Friedhof, mitten in der Nacht. Der Dämon schlug auf den Grabstein beim großen Baum, welcher sofort hell aufleuchtete. Dann schob er den Grabstein zur Seite und plötzlich öffnete sich die Tür zum Schuppen. Der Dämon ging hinein und schloss mit einer für eine bestie sehr unüblichen Eleganz die Tür hinter sich. Ich werde diesen ieren den Schuppen Schuppen Deine Schuppen Flan